Mit dem Zug haben wir uns auf den Weg zum Rheinfall gemacht. Der liegt keine zwei Minuten vom Bahnhof Neuhausen entfernt. Für Besucher hat der 150 Meter breite Wasserfall momentan nicht. Mit einer Abflussmenge von ca. 600'000 Liter pro Sekunde ist der Rheinfall der grösste Wasserfall in Europa. Ausgestattet mit vielen Sitzmöglichkeiten und Aussichtsplattformen kann man sich tatsächlich auch richtig entspannen. Wenn man nachher über die Brücke auf die andere Seite geht, kommt man zum Restaurant Schloss Laufen. Dort kann man etwas Feines essen gehen oder man geht durch die Tür weiter und läuft alles runter. Einmal durch die Dungen angelangt, sieht man den Höhleneingang. Dort läuft man durch und BOOM! Bei der Atem beraubende Aussicht auf die enorme Wassermenge. Mit dem Zug machen wir uns auf den Rückweg. Wo sollen wir als nächstes hin? Schreibt es in die Kommentare. Und vielleicht sieht man sich ja schon bald bei euch in der Woche. Bis zum nächsten Mal.